Hallo zusammen aus Waco, Texas. Ich habe mich heute Morgen mal in den Motorradsattel geschwungen und bin die eine Stunde 40 hierher gefahren, um mir die Stadt mal etwas genauer anzuschauen. Das heißt, ich war noch nicht in Waco, Texas selbst. Ich bin ein paar Mal durchgefahren oder dann vorbeigefahren, aber die Stadt selbst habe ich noch nicht gesehen und werde ein kleines Video darüber machen, in dem ich über die Stadt rede und die verschiedenen Ecken oder Attraktionen, die wir uns hier anschauen. Es wird noch ein separates Video geben, in dem ich durch das Dr. Pepper Museum laufe und die Magnolia Silos, die beiden größeren Attraktionen hier in Waco, Texas, passt wahrscheinlich hier in dieses Video nicht mehr so ganz rein, wird ein bisschen zu lang. Also es kommt noch mal ein zweites Video, in dem ich dann das Dr. Pepper Museum und die Magnolia Silos veröffentlichen werde. Hier jetzt, wie gesagt, verschiedene Ecken von Waco, Texas. Angefangen mit der Branding The Brazos Statue am Brazos River und hier ist eine alte Hängebrücke von 1870, die wir jetzt mal zu Fuß kurz ablaufen werden. Die Waco Suspension Bridge wurde 1869 eröffnet und führt über den Brazos River. Ich habe es eben falsch ausgesprochen, ist es nicht der Brazos River, es hat auch nichts mit Jeff Bezos zu tun, sondern es ist der Brazos River und es war damals die längste Hängebrücke von Texas. Man sagt sogar die längste Hängebrücke westlich des Mississippi mit einer Länge von 145 Metern. Die Locals gehen hier ganz gerne am Independence Day rauf, um das Feuerwerk in Waco zu sehen. Im Norden und Süden sind zwei Parks. Im Süden, und das ist die Richtung, aus der wir hier gekommen sind, ist der Indian Spring Park, was die Geburtsstädte der Stadt Waco war. Die Brücke ist Teil des Chisholm Trails, Chisholm geschrieben, Chisholm ausgesprochen, was ein Herdenweg war, auf dem der Viehtrieb von Süd-Texas über San Antonio, über eben diese Stelle hier in Waco bis nach Kansas stattgefunden hat. Benannt ist er nach einer Person, Jesse Chisholm, der den Weg zwar nicht erfunden hat, aber etabliert hat, das war 1864, damals wurde hier an dieser Stelle das Vieh per Fähre über den Brazos River geschifft, was wohl recht zeitaufwendig und auch zum Teil gefährlich war. Deswegen musste dann recht schnell eine Brücke her, die damals 141.000 Dollar Baukosten gekostet hat, die relativ schnell wieder reingekommen sind, weil eine Mautgebühr von 5 Cent pro Kopf Vieh berechnet wurde. Die Brücke wurde von Fußgängern und Vieh gleichzeitig benutzt, auch die Fußgänger mussten übrigens eine Maut bezahlen, wie viel konnte ich leider nicht rausfinden. Die Brücke wurde dann 1889 an den County für 75.000 Dollar verkauft, seitdem gibt es auch keine Maut mehr. 1914 gab es den ersten größeren Umbau, da wurden dann Stahlteile ausgetauscht, um die Traglast zu erhöhen, weil dann später auch Autos neben den Fußgängern drüber gefahren sind. Ab 1971 wurden dann nach und nach die anderen Brücken daneben gebaut, seitdem ist das hier nur noch eine Fußgängerbrücke. 2020 gab es den letzten größeren Umbau, da wurden Kabel und auch die Deckmaterialien ausgetauscht. Die Skulptur, die wir eben gesehen haben auf der Südseite, ist die sogenannte Branding the Brazos Skulptur. Das ist eine Darstellung des Herdentriebs, die auf dem Chisholm Trail von 1864 bis 1885 stattgefunden hat. Man geht davon aus, dass in den 19 Jahren mehr als 5 Millionen Rinder und 1 Million Mustangs, also Pferde, durchgetrieben wurden. Dem Trail bzw. Herdentrieb hat Waco zusammen mit der Baumwollproduktion seinen wirtschaftlichen Aufschwung zu verdanken. Daher die Skulptur, die 2008 aufgestellt wurde und 2014 dann nochmal zum jetzigen Zustand erweitert wurde. Aber genug erstmal von diesen historischen Artefakten. Was für weitere Sehenswürdigkeiten oder Things to do gibt es hier in Waco? Die beiden größten, die man immer an erster Stelle aufgezählt findet, ist das Dr. Pepper Museum und die Magnolia Silos, die ich, wie eben schon erwähnt, in einem späteren Video toure bzw. euch vorstelle. Ein paar Dinge gibt es hier noch zum Anschauen, zu denen ich nicht gekommen bin, vielleicht nochmal auf einer separaten Tour. Das ist zum einen das Texas Ranger Hall of Fame Museum. Da geht es nicht um ein Football-Team oder so, sondern um die Gesetzeshüter, die Hüter, die Texas Ranger. Dann gibt es noch das sogenannte Cottonland Castle. Das ist so ein kleines Schlösschen, etwa 100 Jahre alt, was in Privatbesitz ist. Was man, habe ich leider erst hinterher gesehen, allerdings nur noch bis Ende September 2024 buchen bzw. touren kann. Ich weiß auch nicht, ob es unbedingt sein muss. Wahrscheinlich komme ich jetzt eh nicht mehr dazu. Das ist eben ein kleines Schlösschen, was von Chip und Joanne 2019 gekauft wurde. Das sind die beiden Personen, die man vielleicht aus der Show Fixer Upper kennt. Und die die Magnolia Silos gekauft haben und zu dem gemacht haben, was sie jetzt sind. Die haben eben auch 2019 dieses Schlösschen gekauft, umgebaut. Und davon gibt es Innenraumtouren. Wird allerdings demnächst wohl verkauft, deswegen das nur noch bis Ende September möglich. Dann gibt es das Waco Mammoth National Monument. Das ist ein Museum bzw. eine Ausgrabungsstädte, in der Mammuts aus der Eiszeit zu finden sind. Des Weiteren kann man noch den Cameron Park bzw. Zoo besuchen. Und das sogenannte Homestead Craft Village, was 10 Meilen außerhalb von Waco liegt und ein Erlebnis- und Shoppingpark mit ein paar Restaurants ist. Ich denke mal, das ist allerdings eher für Familien mit Kindern interessant. Ein nennenswertes Gebäude in Waco Downtown ist das sogenannte Alico Building. Das ist ein Akronym für American Amicable Life Insurance Company of Texas. Das ist ein 22-stöckiges Bürogebäude mit 86 Meter Höhe. Das höchste Gebäude in Waco. Und der älteste noch stehende Wolkenkratzer in Texas. 1910 erbaut, hat den Tornado von 1953, der große Teile der Innenstadt von Waco verwüstet hat, überlebt. Gegenüber davon steht das McLennan County Courthouse, wo wir gleich mal reingehen werden. Courthouse ist halt eben ein Gerichtsgebäude bzw. ein Justizgebäude, wobei hier auch andere Verwaltungsaufgaben drin erfüllt werden. Wenn ihr zum Beispiel eine Geburtsurkunde haben wollt oder ähnliches, dann geht ihr da rein. Also es hat auch die Funktion von einem Rathaus. McLennan ist der County, in dem Waco liegt. Und Waco selbst ist auch der County Seat. Quasi sowas wie die Hauptstadt des Counties. Der County hat eine Bevölkerung von etwa 269.000 Einwohnern auf einer Fläche von 2700 Quadratkilometern. Also ist damit etwas größer als der Staat Luxemburg. Einwohnerdichte des Counties sind 95 Einwohner pro Quadratkilometer. Ja, aktuell ist das das einzige Courthouse im County, wie üblich ist. Texas hat 254 Counties und 254 Courthouses. In der Stadt Waco selbst ist es das vierte Courthouse, was es mal gab. Also die anderen drei wurden dann irgendwann abgerissen, waren einfachere Bauten. Dieses hier wurde 1902 erbaut und man kann sagen, dass es das architektonisch beeindruckendste öffentliche Gebäude in Waco ist. Folgt einem Baustil, der sich Bow Arts Style nennt, der aus der französischen Architekturschule kommt und vor dem ersten Weltkrieg, zumindest hier in den USA, angesagt war. In Texas selbst stehen noch zehn weitere von ähnlichen Gebäuden des Architekten. Außerdem hat er noch eins in New Jersey und eins in Maryland gebaut. Dieses Selbsttier war das vorletzte, was er selbst gebaut hat, bevor er gestorben ist. Zur Stadt Waco selbst, die Einwohnerzahl innerhalb der Stadtgrenzen ist 2023 geschätzt bei 145.000. Das ist dann etwa in der Größenordnung der Stadt Ingolstadt. Schätzung deswegen, weil es den letzten größeren Zensus 2020 gab, aber die Bevölkerung eben zugenommen hat. Deswegen dann die Schätzung drei Jahre später. Die Metropolregion, wenn man hier von Metropole reden kann, hat 295.000 Einwohner. Und falls ihr jetzt sehr gut aufgepasst habt und etwas verwirrt seid, da sind mehr Einwohner, als McLennan County hat. Das liegt daran, dass Waco nicht in der Mitte vom County liegt, sondern sich die Metropolregion über drei verschiedene Counties erstreckt. Die Stadtfläche von Waco ist 262 Quadratkilometer, was dann so in etwa der Größe von Bielefeld in Deutschland entspricht. Nur, dass es Waco tatsächlich gibt. Ich erschlage euch jetzt mal mit ein paar Statistiken aus der Stadt Waco und gut aufpassen, weil ihr wisst ja, am Ende vom Video gibt es einen Test. Das Median-Haushaltseinkommen in Waco ist bei 53.000 US-Dollar und ist damit auch deutlich unter dem texanischen Median, der, ja, je nach Quelle entweder 72.000 US-Dollar oder 79.000 US-Dollar ist oder irgendwas dazwischen. Also die Seite Statista zum Beispiel sagt 79.000 US-Dollar, andere Quellen reden von 72.000 US-Dollar, wer weiß. Kommen natürlich auch so auf die Haushaltsgröße an. Ich blende euch da ein paar weitergehende Statistiken ein. Unterhalb der Armutsgrenze leben in Waco relativ viele Menschen, 24,3 Prozent, um genau zu sein, was auch deutlich über dem texanischen Durchschnitt von 13,7 Prozent ist. Wobei es interessanterweise in Waco überwiegend eher Kinder als Rentner betrifft, was, ohne mich da tiefgreifend eingelesen zu haben, glaube ich auch anders ist als vergleichsweise in Deutschland, wo es eher umgekehrt ist. Dazu blende ich euch auch weitergehende Zahlen ein. Thema Bildung. 24 Prozent der über 25-jährigen Bewohner haben ein Bachelorstudium oder höher. Wie wenig überraschend wahrscheinlich ist das auch stark unterschiedlich je nach Race, Ethnicity. Auch hier blende ich euch wieder ein paar weitergehende Zahlen mit ein. Das Durchschnittsalter, Median auch wieder, ist 28,8 Jahre. Das ist eine sehr junge Stadt. Das sind satte 16,6 Jahre weniger als Deutschland und auch knapp zehn Jahre weniger als in Texas, was einen Median-Durchschnittsalter von 35,9 Jahren hat. Race, Ethnicity ist 43 Prozent Weiße, 32 Prozent Latinos, 21 Prozent Schwarze und 2 Prozent Asiaten. Das sind jetzt nicht 100 Prozent, weil es dann auch Mixed Race und Other gibt. Ja, wobei die Stadt wie üblich auch eher segregiert ist, was die Verteilung angeht. Ich blende euch hier ein paar Karten ein. Ja, Bilder sagen mehr als Worte. Die Weißen wohnen eher um den Lake Waco herum. Die Hispanics sind hauptsächlich angesiedelt südlich von Downtown um Beverly Hills herum. Es gibt tatsächlich eine eigene Stadt innerhalb von den Stadtgrenzen von Waco, die Beverly Hills heißt. Und die Schwarzen sind eher nördlich vom Brazos River angesiedelt. Die Asiaten sind hauptsächlich neben oder auf dem Campus der Universität. Interessant ist auch noch die europäische Abstammung der weißen Bevölkerung. Die drei größten Gruppen sind hier zu nennen. 11 Prozent der weißen Waco-Einwohner haben deutsche Vorfahren, 7,3 Prozent irische und 6,6 Prozent englische Vorfahren. Wo arbeiten die Leute so? Die zehn größten Arbeitgeber in Waco ist an erster Stelle die Baylor University mit knapp 6.000 Angestellten. Dann ein Krankenhaus mit 2.500 Angestellten. Der Schulbezirk von Waco, 2.400 Angestellte. Dann gibt es noch ein anderes Krankenhaus, was 2.300 Angestellte hat. Die Supermarktkette HEB hat 2.000 Angestellte. Die verteilen sich auf fünf HEB-Filialen in Waco. Die Stadt Waco selbst beschäftigt 1.500 Leute. Der Midway-Schulbezirk, das ist ein anderer Schulbezirk, 1.300 Personen. Dann gibt es noch einen landwirtschaftlichen Großbetrieb, der 1.200 Personen beschäftigt. Walmart auf Platz 9 mit knapp 1.200 Angestellten. Wobei es hier vier Walmart-Supercenters gibt. Und ein Return Center, wo sicherlich auch noch einige Leute arbeiten werden. Dann an zehnder Stelle ist der County mit etwas über 1.000 Angestellten. Weiter am unteren Ende der Dutzenden von Firmen, die es hier gibt, sind ein paar Firmen, die man noch kennt. SpaceX zum Beispiel mit 590 Angestellten. Mars Wrigley mit 885 Angestellten. Der Magnolia Market, das ist das Ding, was wir in der nächsten Tour sehen werden, mit 550 Angestellten. Coca-Cola 450 Personen. Und Keurig, Dr. Pepper, 96 Leute. 72% der Arbeiter in Waco sind Angestellte in der Privatwirtschaft. 11% der Einwohner oder der arbeitenden Bevölkerung sind Regierungsangestellte. 8% selbstständig. Die Arbeitslosenquote selbst schwankt je nach Monat recht stark. Und hat sich 2024 zwischen 3,1 bis 4,1% bewegt. Es gibt in Waco 58.100 Housing Units, also Wohnungen und Häuser. 10% davon sind leer stehend. Eigenheimbesitzquote ist bei 51%. Auch niedriger als in Texas generell. Texas hat eine Eigenheimbesitzquote von 63%. Die Durchschnittsmiete, also hier auch Median wieder, beträgt 1120 Dollar im Monat. Durchschnittspreis für ein Eigenheim in Waco, also Haus und Wohnung zusammen, sind 197.000 US-Dollar. Kommt natürlich wie überall auf die Gegend an. Wir schauen uns hier mal ein paar Beispiele aus besseren und schlechteren Ecken an. Beispiel 1 ist eine bessere Ecke, Nähe des großen Lake Waco. 230 Quadratmeter Einfamilienhaus mit drei Schlafzimmern und Wohnzimmer. Und zwei vollen Bädern mit knapp 1200 Quadratmeter Grundstück. Keine HOA, also keine Homeowners Association, wird für 409.900 Dollar angeboten. Beispiel 2, auch wieder eine gute Ecke, 172 Quadratmeter Einfamilienhaus, drei Schlafzimmer, drei Badezimmer. Wie gesagt, immer plus Wohnzimmer, hier werden ja nur die Schlafzimmer gezählt. Also kann sein, dass da noch ein Wohnzimmer und ein Esszimmer mit bei sind. Ein sehr kleines 270 Quadratmeter Grundstück, also quasi kaum vorhanden. Inner HOA mit einem Community Pool, 290.000 Dollar. Drittes Beispiel, was kriegt man für 1,4 Millionen Dollar in Waco, ein 470 Quadratmeter Einfamilienhaus mit Pool, vier Schlafzimmern, fünf Badezimmern auf einem 5340 Quadratmeter Grundstück. Keine HOA in dem Fall. Beispiel 4, für 90.000 Dollar kriegt man knapp 3300 Quadratmeter Baugrundstück in ganz okayer Lage in einer Sackgasse. Beispiel 5, für 275.000 Dollar kriegt man ein Baugrundstück am Wasser in einer Gated Community, allerdings nur 890 Quadratmeter, relativ klein. Dann noch ein paar Beispiele für schlechtere Ecken. Also nördlich des Brazos River bekommt man ein Baugrundstück, 660 Quadratmeter für 16.500 US-Dollar. Weiteres Beispiel ist ein 150 Quadratmeter Einfamilienhaus in eben jener schlechteren Ecke, was innen von den Fotos her so ganz okayisch aussieht. Drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, 650 Quadratmeter Grundstück, keine HOA auch hier wieder, knapp 170.000 Dollar Angebotspreis. Drei weitere Beispiele aus anderen Ecken ist eine Einzimmerwohnung oder Einraumwohnung, wie man in Ostdeutschland sagen würde, oder Studio, wie der Amerikaner sagen würde. In Downtown Waco ist ein Neubau, also Erstbezug, 80 Quadratmeter Wohnfläche, 292.000 US-Dollar. Weiteres Beispiel ein Studio in der Laufnähe zur Baylor University, 54 Quadratmeter, mit Community-Pool, 100.000 Dollar knapp. Beispiel 10 ist das teuerste Immobilienangebot, was ich innerhalb der Stadtgrenze von Waco gefunden habe. Ist kein nennenswertes Haus drauf, hier geht es wohl eher um das Grundstück. 81.000 Quadratmeter Wassergrundstück immerhin. Als Bonusbeispiel noch, ich wollte nur drei nennen, aber hier ist das teuerste Angebot in der Umgebung von Waco. Das heißt, das befindet sich etwa 25 Kilometer südlich von Downtown. Für schlappe 9,7 Millionen Dollar bekommt man 240.000 Quadratmeter Grundstück mit Golf- und Tennisplatz drauf und einem Haus mit 2140 Quadratmeter Wohnfläche mit neun Schlafzimmern und zehn Badezimmern. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall eine Putzfrau. Ja, die große bekannte Universität hier in Waco ist die Baylor University. Die hat etwas über aktuell gerade 20.000 Studenten, die da studieren. Was kann man da so studieren? So ziemlich alles ist eine riesige Liste. Ist eine private Universität, die gibt es seit 1845. Ist ein bisschen religiös geprägt, also ist eine Baptisten-Universität. Die haben mehrere Sportteams, die alle unter Baylor Bears, also die Bären von Baylor laufen. Die nennenswerten Teams ist Baseball, ein Herrenbasketball, ein Damenbasketballteam und ein American Footballteam. Wobei sie auch noch weitere Sportharten anbieten, wie zum Beispiel Golf, Soccer, Tennis und so weiter. Aber die sind wohl nicht so erfolgreich wie die erstgenannten Teams. Was kostet es dort zu studieren? Ein Arm und ein Bein. Es kommt ein bisschen darauf an. Das ist eine private Uni. Das heißt, die haben keinen Anwohnerrabatt. College und University ist ein bisschen ein austauschbarer Begriff. Meistens sind Colleges ein bisschen kleiner. University ist meistens ein bisschen größer. Das hier ist definitiv eine University und auch eine Research University. Also hier findet Forschung statt. Ja, ein Undergrad kostet aktuell gerade, ich hoffe ihr sitzt gerade, 58.100 Dollar pro Jahr. Das läuft dann vier Jahre, wenn man nicht auf dem Campus wohnt. Wobei es kommt auf den Studiengang an. Nur 90 Prozent der Studenten erhalten Finanzhilfen und oder leistungsabhängige Finanzhilfen. Das heißt, die zahlen etwas weniger als das. Wenn man auf dem Campus wohnt, also da ist dann noch Wohnen und Essen, all you can eat quasi, Flatrate mit drin, dann kommen dazu noch 15.000 bis 20.000 Dollar im Jahr. Die Akzeptanzrate der Baylor University ist unterschiedlich, je nach Programm, aber insgesamt im Durchschnitt bei 46 Prozent. Das heißt, von 100 Bewerbern werden 46 genommen. Was gar nicht so schlecht ist, wenn man es zum Beispiel mit Harvard vergleicht, eine der kompetitivsten Universitäten. Da kommen nur 4,9 Prozent aller Bewerber rein. Gibt es öffentliche Verkehrsmittel in Waco? Ist natürlich ein bisschen immer so eine müßige Frage in Texas, aber die Antwort ist ja. Also grundsätzlich schon, aber ist natürlich nicht ohne Auto zu empfehlen. Es gibt wohl Leute, die fünf Jahre in Waco gelebt haben ohne Auto. Was wohl geht, aber es suckt halt ziemlich. Es gibt ein Bussystem, die fahren aber im Regelfall nur so einmal die Stunde und dann auch nicht mehr spät abends. Es kostet für Studenten 20 Dollar im Monat, also Monatskarte 20 Dollar Studenten, Schüler, 40 Dollar ohne Rabatt. Ist aber wie gesagt relativ limitiert von den Strecken und von den Zeiten her. Ja, das heißt, wenn man da kein Auto hat, dann muss man auf Lift und über Taxis zu den Randzeiten zurückgreifen oder eben Fahrrad fahren. Das ist ja alles relativ flach. Ja, zur Uni, wenn man dort zur Uni geht, geht es wohl. Man lebt dann ja eher in so einer Uni-Blase, kann sich auch Lebensmittel liefern lassen, wenn man dann muss. Es gibt, wenn man die Stadt verlassen will, kein Auto hat, einen Bus-Shuttle nach DFW. Das heißt, es ist ein bisschen ätzend, aber wenn man von Waco aus zum internationalen Flughafen will, nach Dallas-Fort Worth, dann kann man das machen mit zweimal umsteigen. Dauert ungefähr drei Stunden insgesamt. Beim Auto wären es, ja, ungefähr eine Stunde, 45 bis zwei Stunden. Dann gibt es einen Amtrak-Zug von McGregor. Ist allerdings nicht in Waco, sondern ist ein anderer Ort, südwestlich davon, der fast 30 Kilometer entfernt ist, nach Fort Worth. Das heißt, wenn man mit einem Zug nach Fort Worth würde fahren wollen, müsste man erst in den Shuttle nach McGregor nehmen. Dann gibt es wahrscheinlich die beste Option, einen Flix-Bus und noch ein, zwei andere Unternehmen, aber Flix-Bus nach Dallas-Downtown. Der kostet 23 Dollar für die Fahrt und fährt eine Stunde 40, in etwa so, wie man mit dem Auto brauchen würde und fährt auch noch relativ spät abends. Es gibt in Waco leider keinen internationalen Flughafen, nur einen Regionalflughafen. Das heißt, man müsste, wenn man irgendwo anders hin will, immer erst nach Austin oder nach DFW fahren, weil es jeweils, wie gesagt, so ungefähr eine Stunde, 40 bis zwei Stunden entfernt ist. Wie sieht es aus mit Verbrechen in Waco? Ist verhältnismäßig hoch, ist keine komplette Katastrophe, aber jetzt auch nicht unbedingt der sicherste Ort in Texas. Es kommt auf den Bezirk und Neighborhood an, wie überall. Ich blende euch hier mal eine Crime-Map ein. 2023 gab es unter anderem sieben Morde, 94 Sexualdelikte, 60 Raubüberfälle und 369 Haus- bzw. Wohnungseinbrüche. Waco selbst hat eine recht illustre Historie, was Gewalt und Katastrophen angeht. Zum einen war hier die Rassensegregation im 20. Jahrhundert sehr stark ausgeprägt. Gut, Süden-USA, ja, verwundert jetzt nicht. Waco hat eine nicht so rühmliche Geschichte von diversen Lünchings. Unter anderem wurde 1916 hier ein schwarzer Teenager namens Jesse Washington im Stadtzentrum vor 15.000 Zuschauern öffentlich verbrannt, was auf nationaler und sogar internationaler Ebene Empörung auslöste und als Waco-Horror in die Geschichte einging. Dann ist noch der Crash at Crush von 1896 zu erwähnen. Der hat 24 Kilometer nördlich von Waco stattgefunden. Hier hatte sich ein Typ namens William George Crush gedacht, dass sein Name auch Programm sein könnte und einen Stunt organisiert, bei dem zwei 35 Tonnen Dampflokomotiven kollidieren gelassen wurden vor einer Crowd von 40.000 Leuten, die für das Spektakel 2 Dollar pro Person Eintritt bezahlt haben. Jedenfalls hat man hier Vollgas gegeben bzw. den Gashebel, wie auch immer man das bei einer Lokomotive nennt, festgebunden. Die Leute sind vom Zug abgesprungen und haben dann die jeweils mit 95 kmh Geschwindigkeit kollidieren lassen. Das heißt, diese beiden Züge sind mit einer Gesamtgeschwindigkeit von 190 kmh aufeinander gestoßen. Wenig überraschend sind dann heißer Dampf und Lokomotivteile ins Publikum geflogen, was zur Folge hatte, dass es drei Tote und mehrere Verletzte gab. Das Ereignis hat auch einen Song von Brian Burns inspiriert von 2001, der The Crash at Crush heißt. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht auch an den Twin Peaks Biker Shootout vom 17. Mai 2015 in einer Filiale des Twin Peaks Restaurants in Waco. An dem Tag waren über 200 Personen anwesend, überwiegend Mitglieder von zwei verfeindeten Motorradclubs, den Bandidos und den Cossacks. Pikanterweise waren vor dem Restaurant 22 Polizisten, die sich dort eben wegen diesem Treffen eingefunden haben. Irgendwann kam es zum Streit, wobei inzwischen nicht mehr ganz klar ist, weswegen der Streit ausgebrochen hat oder wer angefangen hat. Es fielen Schüsse. Die Polizei hat hinterher ausgesagt, dass sie der Meinung war, dass auf sie geschossen wurde und schossen dann zurück. Am Ende waren es dann neun Tote, acht tote Cossacks, ein toter Bandido, von denen mindestens vier von der Polizei erschossen wurde. Im Nachgang gab es 177 Verhaftungen, jahrelange Prozesse und viel Kritik am Restaurantmanagement, der Polizei und dem Justizsystem. Das Restaurant selbst gibt es übrigens nicht mehr. Das wurde dann nach dem Vorfall permanent geschlossen, weil der Franchise-Geber dem eben die Franchise-Lizenz entzogen hat. Die Waco-Polizei wurde kritisiert wegen der Massenverhaftung, die stattgefunden hat, wo viele Unschuldige mit bei waren, die dann wochenlang eingesperrt waren, teilweise mit Bonds in Höhe von einer Million. Außerdem wurden 135 Motorräder und 80 Autos oder Trucks beschlagnahmt, wobei unklar war, ob der Besitzer von diesen Fahrzeugen überhaupt bei diesem Shootout involviert waren. Der Prozess hat sich insgesamt bis 2019 hingezogen und endete dann ohne jegliche Verurteilung. Das wahrscheinlich bekannteste Ereignis, was in Verbindung mit der Stadt Waco steht, ist der Waco Siege oder auch Waco Massaker genannt. Das kennt man vielleicht auch von Netflix, da wurde es ja verfilmt unter dem Titel Waco American Apocalypse. Dann gibt es noch einen Film von 1997, der Waco Rules of Engagement heißt und wahrscheinlich noch ein Haufen anderer Dokumentationen. Von daher gehe ich davon aus, dass die Geschichte den Waco-Interessierten wahrscheinlich bekannt ist. Kurze Zusammenfassung, es ging um die Sekte Branch Davidians, die es insgesamt seit 1955 gibt. Die hatten hier ihr Lager, was im Februar 1993 von Bundesbeamten durchsucht werden sollte, weil die den Verdacht hatten, dass dort Missbrauch an Kindern stattfindet und illegale Waffen gelagert werden. Der Sekte wurde vorher ein Tipp gegeben, weswegen die dann die Beamten mit ziemlicher Firepower erwarteten und vier von denen töteten. Was dann folgte, war das, was als der Waco Siege in die Geschichte einging. 51 Tage Belagerung durch ATF und FBI, Tränengasattacke, Feuer im Gebäude, was vermutlich von der Sekte selbst gelegt wurde, Am Ende 82 Sektenmitglieder tot, davon tragischerweise bis zu 28 Kinder. Der genaue Ablauf und das Ereignis an sich wurde und wird vielfach diskutiert. Das schlägt sich auch in den diversen Publikationen nieder, die die Geschichte mal mehr pro Regierung und mal mehr pro Sekte erzählen. Unter anderem dieser Stand-Off soll wohl auch Anlass bzw. Motivation für das Oklahoma City-Bombing zwei Jahre später gewesen sein. Heute befindet sich an der Stelle des Lagers eine Gedenkstätte, die man besuchen kann. Die ursprünglichen Gebäude selbst stehen nicht mehr, sind ja auch abgebrannt. Gut 20 Kilometer nordöstlich von Downtown Waco findet ihr das. Das nennt sich auf Google Maps Mount Carmel Center. Ist ein Privatgrundstück, das schließt um 17 Uhr aktuell. Und auf dem befindet sich noch eine Kirche der Branch Davidians, die es als religiösen Kult oder Sekte, wie auch immer, ja weiterhin noch gibt. Und ja, mit dieser nicht so heiteren Story endet die Tagestour nach Waco. Ich bin dann von dort aus direkt zurück nach Hause gefahren. Zwei Stunden Fahrt etwa, dank Einsätzen im Berufsverkehr. War eine nette Tour, aber war doch noch etwas zu heiß eigentlich. Jedenfalls konnte ich dann auch irgendwann nicht mehr auf dem Bock sitzen. Aber ich habe es überlebt. Demnächst gibt es hier die Tour des Dr. Pepper Museums und der Magnolia Silos, wie eben schon angekündigt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Wie viele Hb hat das? Hey! Hey! Wie viele Hb? Wie viele Hb? 7. 7. Okay. 7. Nicht schlecht. Das ist schön. Danke. Das ist ein BMW. Ich mag das. Danke. Ich mag das auch. Das ist ein BMW. Ich mag das. Ich mag das. Ich mag das. Ja, ihr auch. Danke. Danke.